Palfinger Technologies mit dem Projekt automatisierter Schiffanstrich. Weltweit gibt es etwa 60.000 Handelsschiffe, die alle fünf Jahre neu gestrichen werden müssen. Dieser Prozess wurde nun weitgehend automatisiert. Die Vorteile durch die automatische Reinigung und das Aufbringen der neuen Farbe liegen auf der Hand. Neben der geringeren Luftverschmutzung reduziert sich auch die Menge der benötigten Farben um ca. 20%. Dadurch werden nicht nur Kosten, sondern auch Ressourcen eingespart. Mutter Erde freut sich.